Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Degmar 1998. Und ich habe mich ein bisschen beruhigt, letzte Folge war wirklich actionreich. Da gab es die Straße, es gab tausende Zombies und wir sind irgendwie entwischt durch den Bus und sind jetzt hier gelandet, wo der nächste schon auf uns gewartet hat. Der ist aber zum Glück tot, wir haben fünf Schuss. Ich bin so froh darüber, dass wir zumindest das haben. Und sonst, haben wir da noch was im Momentar vielleicht? Nee, wir können die zwei verbinden, glaube ich. Nee, können wir gar nicht. Na toll, das ist ja ganz toll, okay. 20 Leben, also wir sind eigentlich relativ am Arsch, kann man sagen. Music Festival, na da würde ich ja jetzt gerne hin. Was ist denn das da? Hm. Und sogar Namen hier, guck mal. Saracini, Depersio, Monetini, Tagliacozzi, sind wir hier in Little Italy vielleicht? Von außen kann man ja nicht wirklich was erkennen. So, mal gucken. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Munition oder sowas, das hat er hier schon. Keine Ahnung, warum der Bauarbeiter überhaupt Muni hat. Nichts da. Und was wir auch noch lesen sollten, ist dieses Dokument, dieses elfseitige, das wir in der letzten Folge gefunden haben. Wo kommen wir da jetzt hin? So, was ist mit dem da? Der steht sich ja gleich auf, oder? Last Chance. Ich würde gerne draufschießen, ich habe nur keine Ahnung, was dann passiert. Da unten haben wir irgendwas liegen? Nee, wir schießen da mal nicht drauf. Ein Army-Soldat auch noch. Aber wir können ja den einmal ruhig rauflocken und probieren, den irgendwie umzuhauen. Vielleicht funktioniert's ja. Einschließen werden wir den dann nicht können. Wir haben ja keine Tür, die wir aufmachen können. So, einmal liegt er. Der steht aber sicher noch mal auf, oder? Ach, guck mal. Natürlich. Keine Ahnung, wieso hier beim Hut rauskommt. So, liegt ein zweites Mal. Das Sofa haben wir eigentlich relativ gut. Einmal schießen, einmal down. Hm? Bewegen tut er sich noch? Ein bisschen? Aber ich glaube, den haben wir. Hehehehe. So, das wäre mal einer von dreien da unten. Der steht nicht mehr auf, nee. Vorausgesetzt, der da drüben steht auf. Das ist mir ja noch ein Rätsel bisher. Okay, jetzt kommt mal sie. Holen wir mal sie zuerst. This to shall pass. Was? Ob wir da unten überhaupt hin dürfen zu dem Gas, ist mir eine andere Frage. Und wieso sind wir eigentlich immun gegen das? Wieso hat uns das nicht auch schon erwischt? Wir waren ja auch in der Stadt. Eigentlich mitten in der Stadt. So, ist das eine Sieg oder ein Er? Weiß ich gar nicht. Ah, ist ein Ima. Achso, das war schon, ne? Das war ja easy. Mal gucken. Es steht sicher nochmal auf. Oder auch nicht. Da kommt schon das Blut unten raus. Hehehehe. So, wenn das Blut unten rauskommt, das heißt, die sind tot. Da steht keiner mehr auf. Gott sei Dank. Okay. Wenn wir dann wieder ein bisschen in einem ruhigeren Gebiet sind, dann werden wir das Dokument durchlesen natürlich. Elfseiten, da freut ihr euch ja bestimmt schon drauf. Nee, der bewegt sich gar nicht. Cool. Schwupps, Agenten-Audio-Protokoll, ne? Mhm. Full Life, guck mal. Oh. Das ist der Nachahmer von Horse Life. Full Life. Also, es gibt schon ein paar lustige Hints. Das finde ich cool. So, der wird sicher ein paar Anläufe mehr brauchen. Aber den werden wir mal hier oben austricksen versuchen. So. Der steht bestimmt nochmal auf. Aber, ich würde mir ganz gerne dabei die Munition da drüben holen. Wenn das Munition ist, müssen wir verarschen, da ist gar nichts. Äh. Scheiße. Da drinnen liegt eine Capri-Sonne. So, ich schätze mal, um da durchzukommen, müssen wir den Strom abstellen. Kommt der? Gar nicht. Da ist das Gas. Mich würde es ja schon interessieren, was passieren würde, wenn wir draufschießen. Aber ganz ehrlich, wir haben eh so wenig Muni. Da probieren wir mal gar nichts. Wenn wir jetzt da in Munition schlafen könnten, da könnte man doch mal nachdenken. So, mal gucken. Hier findet man ja bestimmt irgendwas Lustiges da drin, oder? Irgendwas, was uns helfen kann. Full Life 3. Schön. Was haben wir da? Was haben wir da? Dart-File. Da kann man vielleicht auch mal abschießen. In die Augen, dann sehen wir uns die nicht mehr. Was? Da ist nichts auf dieses, bis auf dieses Capri-Sonne. Eine ziemlich schmutzige Küche. Ich habe immer gern in der Absteiger gegessen. First Aid geht nicht mehr. Das können wir mitnehmen. So, bevor wir da runter gehen. Ne, vielleicht liegt da noch was. Okay, steht keiner da. Gott sei Dank. Ah. Hohlspitzgeschoss. Cool. Ähm. Okay, das klappt echt gut. Ich habe aber die Capri-Sonne hier getrunken, bevor uns der dann angreift und wir sind erst wieder tot. Dann war das nämlich alles umsonst. Wo kommt denn der überhaupt hin? Huch. So, war es das jetzt? Haben wir erst wieder nur einen Schuss. Okay, das ist ein Polizist, der hat Special Training gehabt. Deswegen wahrscheinlich hält der mehr aus. Na. So, jetzt lieg mal da unten. Der steht wieder auf. Was haben wir da für eine gammelige Munition? Ja, na klar. So, was ist da jetzt? Ein Barcode oder was hat der jetzt da hingetan? Vielleicht war es ja das jetzt endlich. Hm? Gürkchen hier. Theorie... Hm, theoretisch könnte man hier jedes Glas nehmen und die einfach am Kopf werfen. So, wurscht. Ich lasse den jetzt da unten. Bevor wir da noch 18 Mal auf den draufhauen. Was soll man da jetzt? Ich dachte, da unten müssen wir den Strom abschalten. Oder müssen wir hier einfach vorbei? Na, das wäre natürlich auch eine Idee. 50 Leben, einen Schuss. Ich glaube, viel schlechter ausgerüstet kann man gar nicht sein. Hm, 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 hm. Auch hier nix im Van drin. Äh. Okay, der hängt da schon. Ha. Acht, schuss. Ja. Oh, das ist ja für eine andere Waffe. Hm, vielleicht ja für die da hinten. Hehehehe. Nehmen wir doch mal mit. Das Schätzchen. So, das sieht die Sache schon anders aus. Oh. Scheiße, das war einer, der ihn gekannt hat. Ich muss das mit mir nehmen. Kacke, aber zumindest kann man ihn mit seinen Waffen verteidigen. Also uns. Sail, Scun für 150 Dollar. Rifle für 250 Dollar. Ach, guck mal, da können wir den Strom abschalten. Okay, also ich glaube, hier sind wir halbwegs sicher. Bis auf das, dass der Bulle da jeden Moment wieder reinplatzen könnte. Der irgendwie überhaupt nie stirbt. Mein Lieber, es tut mir leid, aber wir versuchen, dich zu rächen. So. Zuerst mal plündern wir da alles. Damit wir auch Erfolg haben beim Rechen. Passt. Ich glaube, das wäre soweit mal alles, was wir mitnehmen können. Hier liegt noch was. Joes letzte Notiz. Es fällt mir schwer, etwas niederzuschreiben. Vor allem, weil ich weiß, dass es das Letzte ist, was ich jemals aufschreiben werde. In Wahrheit habe ich nicht viel zu sagen und auch keine Familie, der ich etwas hinterlassen müsste. Mein ganzes Leben lang habe ich nur einer Sache gewidmet. Meiner großen Leidenschaft für Feuerwaffen. Es hat es mir möglich, dein Imperium aufzubauen und ich möchte diese Leidenschaft mit allen teilen, die diese Zeilen lesen. 30 Jahre sind vergangen, seit mein Pater Robert Dillian und ich in der Stadt unseren ersten Laden eröffnet haben. Es folgten ein zweiter, ein dritter und noch viele weitere. Kurz gesagt konnte D&D Firearm sich als Symbol der Zuverlässigkeit und Perfektion etablieren. Am Ende kannte ich jeden Jäger, jeden Fischer und jeden Waffennahen in Keenside und das hat mich sehr glücklich gemacht. Wenn es einen Abzug hat, kannst du es bei uns bekommen. Das war bereits unser Motto, als wir unseren ersten winzigen Laden in der Hudson Street eröffnet haben. Wie ich diese Tage vermisse. Jede Waffe erschien mir wie mein eigenes Kind. Ja, Waffen. Ich dachte immer, dass eine geladene Waffe jedes Problem lösen kann, aber heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Heute habe ich sie alle an die Bürger ausgegeben, die zu mir kamen und mich darum angebettelt haben, um sich mit ihrer Hilfe vor diesen fürchterlichen Monstern schütten zu können. Erst später habe ich erkannt, dass diese verdammten Dinger nichts anderes sind, als die Kunden, die ich die letzten 30 Jahre lang bedient habe. Ich bin nun seit Stunden hier eingeschlossen, um ihnen aus dem Weg zu gehen und doch quälen sie mich immer noch. Selbst jetzt kann ich sie hören, draußen, vor dem Laden und in meinem Kopf. Ich will einfach nur, dass sie aufhören zu schreien und dass sie mich verdammt nochmal in Ruhe lassen. Meine letzten Gebete gelten dir und deiner Familie, Rob. Ich werde unser Schild noch einen weiteren Tag draußen lassen, als Funken Hoffnung für jene, die nur nach einem sicheren Versteck suchen. Und wer auch immer diese Notiz finden mag, ich vermache dem eine Schrotflinte. Wie immer hat D&D geöffnet. Und was mich betrifft, ich habe genug Abzüge gezogen. Ich will keine weiteren Leben mehr beenden. Nicht einmal mein eigenes. Außerdem wäre ich sowieso viel lieber oben am Bear River zum Angeln. Lebt wohl, Joey Dutch von Dutch and Dillian Firearms. Scheiße. Er hat die Waffe auch noch an die Leute ausgegeben und die sind dann natürlich auch zu Zombies mutiert. Ich hoffe mal, die können die Waffen nicht bedienen. Das wäre dann nämlich noch ein weiterer Schritt in Richtung Unmachbarkeit, wenn die Zombies aber mal schießen können. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen, was da alles auf uns zukommen wird. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, jetzt sind wir hier halbwegs in Ruhe. Das nicht, sondern das hier. Und werden das da mal reinladen. Und den anderen haben wir sechs Schuss, das passt ja eh. Da haben wir wenigstens mal ein bisschen wieder Munition. Ich bin ja so froh. Das kommt ja nicht so oft vor, dass man da was auf Lager hat. So, was war denn das hier? Zusatzstoff, Versuchsländer, Operationsupdate, war das das hier? 22 Seiten auf einmal. Na gut, dann fangen wir mal an. Ich glaube nämlich, das ist das. Nur hier hat natürlich schmaler geschrieben. Deswegen sind es gleich mal 22 Seiten. Betreff, Operationsupdate, hohe Priorität. Achtung, Colonel N.R.Jessep. Äh, Colonel, ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich, bevor es zu spät ist. Wir haben soeben Informationen vom Verteidigungsministerium erhalten. Die Quarantäne-Operation in I8 könnte schwieriger sein, als erwartet. Ihr werdet euch womöglich nicht nur einer Bevölkerung gegenübersehen, die unter einer Bluseninfektion leidet, sondern vielmehr dem Resultat eines chemischen Angriffs auf die Vereinigten Staaten. Laut unseren neuesten Informationen könnten die Bürger von Keensite alles andere als bärlos sein, da die Gase sie in tödliche Killermaschinen verwandeln können. Im Anhang findest du alle Daten, die wir zu diesem Thema gesammelt haben. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich, wenn ihr auf den Feind trefft. Die Transformation des Probanden durch CS3-03, Castor-Gas, durchläuft zwei einzigartige Entwicklungsstadien, die als Phase 1 und Phase 2 bezeichnet werden. Die Hauptursache für den nächsten Entwicklungsschritt hängt vom genetischen und physischen Aufbau des Probanden ab. Castor wurde eigentlich für militärische Zwecke entwickelt und seine Bindekraft hängt vom physischen und biologischen Zustand des Probanden ab. All das in Kombination mit dem Ziel, spezielle Gene auszuwählen, führt zur Transformation in eine tödliche, unaufhaltbare Biowaffe. Sollte der Probanden nicht über diese verwandlungsfähigen Gene verfügen, sorgt das Gas für einen raschen Zerfall der Zellen. In diesem Fall wird der Proband in eine biologische Monstrosität verwandelt, die kontinuierlich verrottet und häufig in dem eigenen zerfallenden Körper gefangen ist. Eine Sache, die du noch wissen solltest, ist, dass Typ 7 andere nicht infizieren kann, da Castor eine chemische und keine Viruswaffe ist. Darüber hinaus führt jede Infektionsphase 72 Stunden nach der Stunde Null dem Moment, an dem das Gas eingeatmet wird zum Tod, aufgrund des kompletten Zusammenbruchs der Zellstruktur. Das heißt, wenn wir 72 Stunden vor dem Typen warten, verreckt er automatisch. Das ist ja gut, da finde ich gut. Da müssen wir gar nicht mehr umschließen, wir warten einfach mal 72 Stunden, machen wir mal eine extra lange Folge und dann sollte er umkippen. Phase 1 von Stunde Null bis Stunde Zwölf. Diese Mutation ist bereits nach wenigen Minuten abgeschlossen, nachdem das Opfer dem Castor Gas ausgesetzt war. Mentaler Zustand. Sobald ein Mensch das Gas einatmet, beginnt ein unumkehrbarer Vorgang physischen Zerfalls, der umgehend extreme Aggressionen auslöst. Physischer Zustand. Zu Beginn der Infektion bleibt die humanoide Form beinahe unverändert. Doch die Säureansammlung im Blut und Gewebe steigt so stark an, dass es zu Haarausfall und Gewiebeschieden kommt. Gewerbeschieden. Große, schwarze, violette Adern kommen zum Vorschein und entheben die am stärksten mit Venen oder Terien versorgten Bereiche hervor, während die Haut ihre natürliche Pigmentierung verliert und grau wird. Die Augen werden leer und milchig. Falls es zu keiner Transformation zu Phase 2 kommt, allein hat der Körper dennoch einen qualvoll langsamen und unumkehrbaren Hautverfall, der innerhalb von 72 Stunden zum kompletten physischen Kollaps der Kreatur führt. Gegenmaßnahmen. Da es sich bei den Infizierten im Grunde um Menschen handelt, haben sie alle Schwächen des menschlichen Körpers, Gehirn, Herz und so weiter, auch wenn sie in ihrem Zustand über eine außergewöhnliche physische Resistenz und Schmerzunempfindlichkeit verfügen. Diese Charakteristika in Kombination mit ihrer unvergleichlichen Geschwindigkeit und Grausamkeit machen sie vor allem in Gruppen besonders gefährlich. Sie können jedoch mit Schusswaffen mittels Enthauptung und mit Sprengstoff getötet werden, sofern lebenserhaltende Bereiche getroffen werden. Phase 2. Das heißt also, Kopfschüsse und Schüsse ins Herz sind tödlich. Okay. Und mit Sprengstoff natürlich, aber das ist ja ganz logisch, da zerplatzen die dann einfach. Phase 2, Vorstunde 12 bis 24. Die Mutation der nächsten Phase, auch korrekter Form genannt, wird 12 Stunden nach dem Kontakt mit dem Castorgas erreicht. Genau genommen beginnt der chemische Wirkstoff nach den ersten paar Stunden, sofern die erforderlichen genetischen und physischen Voraussetzungen vorhanden sind, den Gencode der Probanden komplett umzuschreiben. Mentaler Zustand, der Infizierte hat inzwischen jede Spur von Menschlichkeit verloren, während sein Körper, der allein von gewaltsamen Impulsen gesteuert wird, zu einer Waffe wird, die mithilfe ihrer Knochen angreifen kann, die sich zu scharfen Schneidewerkzeugen entwickelt haben. Ihren Angriffen liegt keine Kampftechnik zugrunde, doch ihre bloße Kraft, Widerstandsfähigkeit und Blutlust machen das wieder wett. Physischer Zustand? In dieser Phase wird der gesamte Körper des Infizierten von Säure befallen, die ihre Adern über die Haut austreten und häufig aus ihr herausplatzen lässt. Dadurch verändern sich die Farbe des Infizierten sowie das Aussehen seines Gewebes. Aus uns unbekannten Gründen kommt es zu einer Anomalie im Körper des Infizierten, durch die sich die oberen Gliedmaßen deformieren und so stark dehnen, dass sie rasiermesserscharf werden, während sich der gesamte Körper leicht aufbläht. Gegenmaßnahmen? Eine bestimmte Schwäche lässt sich leider unmöglich hervorheben. Die verbesserten physischen Charakteristika machen sie jedoch zu einer nahezu perfekten Biowaffe. Die korrekte Form. Ein einziger Infizierter kann eine ganze Gruppe Soldaten töten. Der einzig sichere Weg, einen Infizierten der Phase 2 auszuschalten, ist mit Hilfe von Schusswaffen, durch Enthauptung oder mit Sprengstoff möglich, bis er völlig wehrlos ist. Hm. Das heißt also, diejenigen, die hier in Phase 2 entwickelt werden, das sind die, die theoretisch auch entwickelt werden sollen. Das sind die Kampfmaschinen, die geplant wurden, mit diesem Gas zu entwickeln. Jetzt haben wir sie, nur leider gegen uns gestellt. Aber wir haben auch noch den falschen Typ 7. Der entwickelt sich nämlich von Stunden 24 bis 48. Diese Mutation tritt 24 Stunden nach dem Kontakt mit dem Castor Gas in 12 Stunden und 12 Stunden nach Phase 2 auf. In manchen Fällen löst der chemische Wirkstoff nach den ersten 12 Stunden in der korrekten Form weitere genetische Anomalien aus, die den Säuregehalt im Körper weiter ansteigen lassen, bis er für den Infizierten selbst schädliche Folgen hat. Mentaler Zustand, weder Vernunft noch Instinkte. Der Infizierte wird nur noch von Aggression angetrieben und seiner Waffe die tödliche Säure über Körperkontakt oder Spucke abgibt. Er kann außerdem mit seinen Rasiermesserscharfen Klauen angreifen. Diese Charakteristika machen ihn extrem gefährlich. Physischer Zustand Während der Transformation löst die vom Körper produzierte Säure die gesamte obere Körperschicht auf, wodurch es zu Hautüberlappungen mit möglicher Entwicklung von mit Säure gefüllten Blasen kommt. Große Bereiche der Muskulatur sind freigelegt, während es zu einer deutlichen Veränderung der oberen Extremitäten kommt. Hände und Arme werden unnatürlich lang oder schmelzen komplett ab und hinterlassen nur die Knochen. In dieser Phase wird die Bewegung des Infizierten im oberen und unteren Quadranten eingeschränkt, die sich aufgrund des schmelzenden Gewebes buchstäblich mit dem restlichen Körper vereinigen, auch wenn Infizierte in manchen Fällen immer noch aus der ferne Säure verschießen. Gegenmaßnahmen? Je stärker die Transformation, desto schwieriger ist sie zu besiegen. Es ist ein unvorhersehbares OBI, operatives biologisches Experiment. In diesem Fall wurde einem falschen Typ 7 Wasser verabreicht, das seinen Körper noch ätzender machte und zur völligen Vernichtung der Kreatur führte. Irreguläre Phase, Tündarius. Okay, das ist der nächste Typ dann anscheinend schon. Ja, und dieser falsche Typ 7, ich glaube, das ist derjenige, den wir mit Sam, also mit unserem Charakter, mit dem wir vorhin gespielt haben, der letzte, da waren wir ja einmal in der Garage unten, sollten in so einen Geheimraum gehen und dann wieder nach oben kommen und mussten dann eben wieder durch die Parakarage des Krankenhauses durch. Und da stand ja so ein verdammt hässlicher Typ beim Krankenwagen. Und ich denke mal, das ist dieser falsche Typ 7, der man hat gesehen, der spuckt Säure und seine Gliedmaßen sind echt entstellt. Also das ist der falsche Typ 10. Der ist also schon 48 Stunden infiziert gewesen, also echt eine lange Zeit. Und dann haben wir noch die irreguläre Phase, Tündarius. Hierbei handelt es sich nicht um eine einzelne Kreatur, sondern vielmehr um eine Verschmelzung von zwei oder mehr Wesen, die einen wahren Wust an geschmolzener biologischer Masse bilden. Dazu kann es 72 Stunden nach der Stunde Null kommen, aber nur, wenn alle Infizierten in einem Bereich zu zerfallen beginnen und miteinander verschmelzen. Mentaler Zustand, da es sich um eine Kombination aus mehreren Wesen handelt, besitzt es kein spezifisches Verhalten und keine bestimmte Intelligenz. Das wirklich Gefährliche sind die Säuren und giftigen Dämpfe, denen man ausgesetzt ist, wenn man der Verschmelzung zu nahe kommt. Eine weitere besondere Gefahr stellen die mit Säure gefüllten Blasen auf kaum sichtbaren Stellen oder falsche Formen dar, die sich vom Hauptkörper loslösen können und angreifen, während sie von der restlichen Masse verhüllt werden. Physischer Zustand, Tündarius wurde nie analysiert oder im Detail studiert. Der einzige Versuch, es genauer zu beobachten, endete in einer Katastrophe, bei der der Proband sofort beseitigt wurde, nachdem er großen Schaden an der North Red One Aegis-Anlage auf den North One Islands angerichtet und sie jahrelang unbrauchbar gemacht hatte. Gegenmaßnahmen, je stärker die Verschmelzung, desto schwieriger ist, sie zu zerstören. In dem einzigen uns bekannten Fall löste der Einsatz von Wasser eine einzigartige chemische Reaktion aus, die zu ihrem völligen und sofortigen Zerfall führte. Alter Falter, also da gibt es anscheinend echt nicht nur einen Typ von den Infizierten, sondern viele, viele, viele verschiedene. Und umso länger die infiziert bleiben, umso ärger werden sie. Und wenn man sie nicht vorher schon tötet, nach 72 Stunden, wenn da jetzt ein paar Infizierte auf einem Haufen sind, verschmelzen die miteinander zu einem großen. Ich habe Angst, ich schätze mal, wir werden den irgendwann mal zu Gesicht bekommen, sonst wäre er ja, glaube ich, gar nicht so genau beschrieben worden. Ich schätze mal, wir werden den irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Ich hoffe nur, wir haben noch lange Zeit bis dahin. So, das war es auf jeden Fall mal von dieser Folge von Let's Play DMR 1998. Waffenhammer, Munitionhammer, ich bin so zufrieden, 50 Leben. Da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen aufstocken, vielleicht finden wir ja in der nächsten Folge noch was. Da gehen wir nämlich wieder nach unten. Ich schätze mal, hier werden wir den Strom ausschalten können. Und das wird dann mal unsere Aufgabe für die nächste Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen und Tschüss!